Da bin ich wieder, Chocolates Futter ist gerade gekommen. 14, na. Doch. Achso, wir sind mal schon. Äh, heil dich einfach mal. Kann nicht schaden. Wessen Feldposten bist du denn da gerade reingeraten? Achso. Boot. Ich liege unter schwerem Beschuss. So sieht's aus. Express Informa, lagern Sie an hier. Wir verlieren uns. Okay. Okay. Hm. Weiß nicht, was der Computer sich da gerade ausdenkt. Ich bin unter Beschuss. Mhm. Ja, musste ja irgendwie sein. So. Also du wirst gerade niedergehalten. Du aber nicht. Das ist ja einfach gerade zu verführerisch hier. Einfach mal sowas zu machen, oder? Zu verführerisch, sag ich. Wissen Sie, was auch verführerisch ist? Begebe mich an neue Position. Das hier ist sehr verführerisch. Da muss man manchmal echt ein bisschen... Na, okay. Den vernichten... Ja, wir vernichten den hier. Feuere Brandverschleuniger. Hm. Sniper. Nein, nein, nein. Nicht damit. Hier mit. Probieren wir's mal. Wir sehen uns in der Helle. Ihn, hm. Darstellen können wir uns aber durchaus besser für hinstellen. Gut, probieren wir's mal mit Zweien. Ja, war ja irgendwie... Irgendwie auch klar. Ist keine Bedrohung mehr. Gut. So, wen nehmen wir hier aufs Korn? 55? 55? 55? Exalt-Agent. Waffe. Dann müssen wir die uns mal wohl genauer anschauen. Aber vielleicht... Machen wir's doch einfach so. Ach ja, ich vergaß. Wir haben ja noch ihn hier. Beziehungsweise sie. Die weisen akzeptable Werte auf. Die kommen über die Seite. Sie verlagern den Angriff. Ok Wo? Nummer 1 Doch, 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 doch Wenn, egal wie du triffst, das ist gut Nummer 2 Oh, Crit Sehr gut Es ist nichts mehr von dir übrig Äh, nein, das schaffst du so nicht Ähm Die Frage ist, wie weit kann die gute Karo Kitty latschen? Ok Ok Wir könnten aber ein bisschen vorbrechen, oder? Zum Beispiel hier hin. Was wird das eigentlich? Warum kannst du gerade nix? Kannst du das? Ich habe mich jedoch nicht geschossen diese Runde, oder? Position bestätigt. Okay. Vielleicht triffst du. Wäre auch zu schön gewesen. Okay. Das ist jetzt ein bisschen risky. Okay. Bam! Oh ja. Wir haben aber eine sehr schwer verletzte. Wir haben mehrere sehr schwer verletzte. Okay. Machen wir im nächsten Part. Bis dann! Bis dann! Man. Die Motion. Wanderung. Wanderung.